Jungs Nachdem wir so kranke Viecher sind, würde ich auch so eine Bombe aufstellen. Mann Was ist das für ein Geräusch? Ich dachte, dass wir irgendein Gerät hören würden. Das ist ernsthaft ekelhaft. Das solltest du mal behandeln lassen. Das ist ernsthaft ekelhaft. Das solltest du mal behandeln lassen. Ach, das fällt ihm jetzt auf. Die halbe Stadt ist zusammengebrochen. Überall sind diese ekelhaften Viecher. Aber es ist ein bisschen merkwürdig hier. Ja, dann geh doch, Typ, oder soll ich dich wieder heilen? Ich habe schon wieder den Namen von diesem Typen vergessen. Hallo. Wir haben hier was zu erledigen. Könntest du bitte hier hochkommen? Ich habe ein bisschen Angst alleine. Hallo. Ah. Da geht es wieder zu meiner Freundin. Das höre ich doch direkt. Claire de Lune. Nein. Wir müssen die Patronen da rausholen. Ach, Streichhütter. Nice. Schatz, bin zu Hause. Ja, als ob du schon bei Warnersen gekommen bist. Hey, girl. Hey, girl. Wir müssen dringend mal was an deiner Sprintdauer machen. Hallöchen, Skullface! Freut mich, dass du auch wieder einschaltest. Ich hab's am Anfang schon mal kurz erwähnt. Ich hatte gestern einfach keinen Bock mehr auf Evil Within. Ich war so genervt und bin dann in Minecraft versunken. Dafür geht's heute noch so ein bisschen weiter. Oh, da geht doch noch was. Ich dachte, ich nutze heute mal so ein bisschen die Chance. Ich hab auch schon wieder den halben Tag Minecraft gespielt und jetzt muss mal ein bisschen was anderes hier passieren. Ich bin gerade auf dem Weg, mein eigenes Imperium zu bauen, deswegen ist Minecraft gerade sehr wichtig. Eigentlich hab ich mir einfach einen stumpfen Schloss gebaut, aber ist auch egal. Das ist manchmal zum Entspannen eigentlich ganz gut. Also Minecraft geht eigentlich immer. Da versinkt man dann auch gerne mal drin. Also geht mir auf jeden Fall so. So, zack, zack. Jetzt lass ich mich noch ein bisschen quälen hier. Muss mal schauen, ob ich das vielleicht unter der Woche nochmal schaffe, ein bisschen aufzunehmen. Kann ich aber im Moment auch nicht versprechen. Ich denke aber, dass da am Wochenende auf jeden Fall was geht. Ich muss zwar Samstag arbeiten, aber ich bin wieder voll angefixt. Und will hier auf jeden Fall wieder weiterkommen. Auch wenn ich noch nicht weiß, ob ich da reingehen will. Ach, ich weiß, was hier kommt. Das mit dem Tank. Stimmt. Da war ja was. Stimmt. 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 Wow. Stimmt. Okay. Stimmt. Tut mir leid, Schick! Ich muss da rein, scheiße! Ich versuch's, Girl! Ich versuch's! Wow! Bisst euch! Ah, ich komme! Okay Ich muss aber da rein, Typ! Ich muss dir helfen! Tut mir leid! Eins der Rohre führt da hin, Schietze! Fuuuck! Lauf! Lauf einfach durch! Lauf! Lauf einfach durch! Lauf einfach durch! Lauf einfach durch! Schieß doch mit anderen Waffe, du Spast! Oh, schieß doch! Ja, das war's! Das war's! Oh, das war's! Oh, das war's! Oh, scheiße! Ich muss mich mal kurz aufrecht hinsetzen! Decke weg! Schluck trinken! Und auf geht's! Oh, ich hasse die Alte! Ne, ich die schon in diesem Aufzug sehe! So! Wo kann ich denn diesen bescheidenen Tank? Der eine Rohr verläuft da lang! Ich verspring das jetzt mal! Halt! Joseph, bei dir alles gut? Ja, mir geht's gut! Du solltest lieber runterkommen! Warte! Ich komme! Ich bin so schnell! Ich bin so schnell! Ich bin so schnell! Oh, das ist jetzt mal! Ich bin so schnell! Ich bin so schnell! Ich bin so schnell! Ich bin so schnell! Woah! Ah, wo muss ich denn hin? Ich muss doch hier durch, oder nicht? Wie viele von den Dingern sind das? Okay. Hier komme ich nicht durch. Ich muss die Olle aber befreien. Ja! Oh, fuck! Hä? Ist er jetzt tot? Oh Gott! Boah, ich erinnere mich nicht mehr, wo ich da langlaufen musste. Ich kann kotzen. Ich muss auf jeden Fall diesem blöden Rohr folgen. Oh Gott! 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 Ich glaube, das muss tun müssen. Da kommen sie! Woah! Ah, wie rette ich die denn? Ich muss doch hier irgendwie da reinkommen. Geh mal weg! Ey, du Penner! Du hast so einen halten Kopf! Fuck you! Ja, das war's gleich mit dir. Fuck you! Mädel, ich weiß nicht wie ich dir helfen soll. Ich bin hier gerade ein bisschen busy. Wo ist der andere? Wow! Es ist viel wichtiger, dass ich sie rette! Äh, okay. Ich bin explodiert. Ich krieg einen Hass. 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 Ich bin jetzt los. Mann. Mann, Mann. Mann, Mann. Hat das gehört, ich krieg eineniniere. Mann. 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 Wow. Ach ja, ist doch schön. Ich schaff's hier nicht alleine. Was schaffst du überhaupt? Na! Ihr müsstet brennen! Ich geh mir auf den Weg. 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 Ich geh mir auf den Weg.